Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senzler Survivor wieder hier und ja, nicht wundern, wenn ich so ein bisschen ausglänze wie eine Speckschwarte, ich hab mich gecremt. Auch mit 25 braucht die Haut noch Pfleger. Nee, Spaß beiseite, es ist irgendwie ein ganzes Lange in der Bude, sitzt die trockene Heizungsluft und ich komm selten raus, außer mal beim Joggen oder so. Aber egal, ich quatsche mit nur Bündnis. In dem Video geht es heute um die Mechanic Quest Part 1. Das Signal, wir müssen die beiden Antennen markieren bei der Wetterstation und auf dem Resort West Wing. Ja, achso, ich bin mit den Videos nicht mehr synchron, also die Level stimmen nicht mehr. Es ist noch ein ziemlich altes vom Anfang sozusagen, die Quest spricht ja Bände sozusagen. Bin damit irgendwie völlig durcheinander gekommen in dem zeitlichen Ablauf, also nicht wundern, ich krieg das auch glaube ich nicht mehr in den Griff in diesem Vibe. Vielleicht wird es beim nächsten besser. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Okay, gut, dann schnell rüber auf den Hügel. Mal gucken, ob jemand aus Richtung Road to Customs kommt. Oder hier vom Sniper Tower, vom Scharfschützen Tower. Ui, Tatsache. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, war das knapp. Leck mich am Arsch. Da hat bestimmt irgendwas... Ein SKS oder sowas vermute ich, weil... Er musste ziemlich lange nachstopfen. So, erstmal Heilung. Lass sehen. Okay, das nehme ich mit. Die Tatsache an der OPSKS. Sehr schön, sehr schön. Junge, Junge, Junge war der schnell da. Wo ist der Ding gespawnt? Ich habe mich mit dir gemacht. Ich habe mich mit ihnen debenlegt. Ich habe es ganz perfekt. Und fertig ist es um... Da läuft doch einer. Ist das ein Scaffordern-Spieler? Ich vermute mal ein Scaff, aber ich sehe ihn nicht. Er ist ins Scaff. Er ist noch da, er ist noch da. Aha, okay. Wieso habe ich ihn beim ersten Mal nicht getroffen? War ich nicht direkt auf seinem Schädel? Welche Antenne? Welche Antenne? Jupp. Das war die. So eine große Kiste und so ein kleiner Dreck drin. Ah. 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 Nee, ich gehe lieber die Bushaltestelle hoch. Ich muss ja eh... Ich muss ja eh ganz hinten rein. Da waren Schüsse, aber das hörte sich so an wie... Hinten vom Scaff-Felsen. Nee, lass uns hier... Lass uns hier unten lang gehen. Ich habe da jetzt was gehört. Tatsache. Da ist einer drin. Dort kommt einer gerannt. Ah, Scaffs. Ich habe da drin. Komm! Ja. 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 Dann sind wir jetzt her. Ja. Ja. Dann sind wir jetzt hier. Ja. 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 Ja, das ist sicher. Was steht noch hier? Was? Ich möchte sogar nicht mehr wissen, was die so erzählen, die Typen. Na los, komm, zeig dich. Er kommt, er kommt. Für jemanden, den ich die Kauleiste weggeschossen habe, schreit er noch ziemlich laut. Wie geht sowas? Leer. Leer. Alter, Mann. Ersatzmunition geht zur Nika. Hier. Guter. Und da geht's. Hier. der hat auch eine tos gut so rucksack weg schnell rauf aufs dach raus aus der kiste heute tag der schnellen jungs oder wahrscheinlich auch eine tos ne ne saika geh her mit dem bart schöne rick hat er mit aber ich kann sie nicht tragen rucksack tummelt sich im gebüsch naja lass ich es halt liegen was solls quest hat jetzt eh vorrang ich will ja raus x 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 das war's dahin geht noch die post ab geht uns nichts an geht uns nichts an da unten herum gewatschelt und stolziert ich will jetzt einfach nur noch heil rauskommen das kann ich nicht mitnehmen so rucksack abholen gut ich hab doch da was gehört ich hab doch da was gehört der sniper ist doch da oben ich seh ihn nicht ja siehste ich hab's doch gewusst was er sagt hab ich mich hab ich doch mich nicht verhört wann laufe ich vor den Felsen also jo na dann jetzt raus mit Karacho hier ich hoffe es kämmt nicht irgendeiner dieses Rock Passage ab dann flippe ich aus aber komplett nochmal rein nochmal die Scheiße machen immer kein gutes Gefühl muss ich sagen wenn ich hier lang renne so bisher ging's gut bisher ging's gut da sitzt keiner 4.500 Punkte naja war ich da ein bisschen fleißig und die Quest geschafft wunderbar ganz geil bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.